Damit fangen wir an. Also hallo auch an YouTube. Jetzt Stream könnt ihr tatsächlich mal hallo YouTube schreiben, weil jetzt seht ihr sogar YouTube, was ihr schreibt. Krass, oder? Ja. Vielen lieben Dank für den Sub, I'm da. Und Grüße YouTube. Also, wir fangen heute an, wir machen wieder so ein Video. Wir hatten ja schon ein paar Mal so ein Videos gemacht von wegen, was hat, wie war es damals in Classic, wie war es vor Classic, welche Wege hatte World of Warcraft, wo wir über Cataclysm geredet haben und den Raid, der gecancelt wurde oder die ganzen Sachen, die in World of Drainer gecancelt wurden. Und diesmal gehen wir ein bisschen rein. Wieder Shoutout geht raus an Lace TV. Einfach absoluter Bro. Einfach richtiger Bray. Auf jeden Fall überall folgen dem Herrn. Ja, wieder ein paar Bilder von ihm. Und die sind noch vor Classic. Noch weit vor Classic. Und das ist sehr interessant, sich das mal reinzuziehen, finde ich. Und wir schauen uns das mal zu anderen an. Was sehen wir hier? Wir sehen hier tatsächlich die allererste Charakterauswahl von World of Warcraft. Das war die erste Charakterauswahl von World of Warcraft. Die allerallererste. Krass. Das ist so, wer sich daran erinnert, Diablo ist daraus später entstanden. Also diese Idee, die sie hier verfolgt haben, ist dann hinterher nach Diablo gekommen tatsächlich. Das ist echt, echt cool eigentlich. Also im Ernst klar mit den heutigen Klassenrassen, wie viele wir haben, einfach unmöglich, weil es einfach viel zu viel ist. Aber damals mit 3.3, wobei wir wussten ja, hinterher kamen da noch mehr dazu. Es ist schon eine sehr, sehr, sehr coole Sache. Auch hier wird noch eine ganz andere Engine benutzt. Kommen wir auch gleich drauf. Das ist noch eine ganz andere, worauf alles aufgebaut ist. Und als sie diese Art oder diesen Status der Entwicklung in WoW hatten, hatten sie auch noch eine ganz andere Idee für World of Warcraft und wie es aussehen wird. Weil da sollte es ja in der Warcraft 3-Engine geschehen. Aber ja, ich finde es ziemlich interessant. Erstens doch, wie die Untoten aussehen sowieso und auch wie die Orks aussehen. Das ist, finde ich, eine der krassesten und besten Änderungen, die sie gemacht haben. Dass sie mit den Orks nicht in die Richtung gegangen sind, Herr der Ringe, klein, schmächtig, wawawas. Ich meine, die waren schon immer ein bisschen heftiger bei World of Warcraft. Aber dass sie dann noch brutaler geworden sind, noch breiter, noch muskulöser. Das finde ich sehr gut, dass sie das tatsächlich hinterher so gemacht haben. Ähm, ansonsten, die Nachtelfen haben sie irgendwie ein bisschen größer, fände ich sogar, gemacht, ne? So, oder sieht es nur protestmäßig so aus. Aber irgendwie fast schon so gleich, wie die tauchen. Ich glaube, die sind auch größer gewesen damals noch. Aber an sich muss ich sagen, ähm, wie geil ist bitte dieser Auswahlbildschirm? Wer hätte den gerne heute so? Also, ich schon. Es hat irgendwas. Ich finde es geil. Okay, ich muss ins nächste Bild so klicken. Dann gehen wir rein ins, ähm, was haben wir hier? Eines der ersten, ähm, das ist aber schon nicht mehr Warcraft 3 Engine. Das dürfte schon WoW-Engine sein. Und zwar, ähm, hatte man sich damals so ein bisschen auch daran, äh, äh, klar, wie jeder, der damals sowas entwickelt hat, hatte man sich an Everquest ein bisschen inspirieren lassen. Nicht nur Everquest. Ich glaube, die Inspirationsquelle war auch, ähm, nenne ich Gothic, ähm, noch ein anderes Spiel. So ein Point-and-Click-Adventure war das. So ein Point-and-Click-Adventure hat man sich hier inspirieren lassen mit den Spells und so. Ich weiß es nicht mehr. Das war auf irgendeiner BlizzCon vor fünf Milliarden Jahren, wo die darüber erzählt haben. Was halt wirklich interessant ist, ist, dass dieser, dieser Ort, ähm, Mayborn, dass er gar nicht mehr in WoW gibt. Das war halt tatsächlich nur so eine, so eine Grobentwicklung. Auch die Story war da noch gar nicht mit drin, sondern es war wirklich halt so eine, so eine ganz grobe Entwicklung. Cool ist noch, dass der Mauszeiger hier, wie früher in Warcraft, ähm, diese Ork-Hand halt ist. Oder Goblin-Hand, Ork-Hand ist, glaube ich, ne? Ist halt sehr, sehr, sehr geil. Aber wenn ich das so sehe, wie das aussieht, ich bin froh, dass wir WoW haben, wie WoW gerade ist. Ehrlich. Ich bin sehr froh, dass wir gerade, dass WoW so aussieht, wie es aussieht. Aber das sieht schon, das sieht zu realistisch aus. Das sieht wirklich zu realistisch aus. Das, das hätte, das hätte nicht funktioniert. Ja, hier noch genauso. Chat hier noch in der Mitte. Es ist, es ist schon cool. Aber da haben wir schon Westfall, ne? Also das, das ist halt schon geil. Da haben wir schon Westfall, die SPD ist auch schon da gewesen. Und irgendwie sieht es noch stylisch aus. Wenn du überlegst, die Bäume, die sehen heute noch so aus. Der Screenshot ist so, ich denke mal, äh, 2000, 1999, 2000. Wir haben 23, 24 Jahre später, die Bäume haben sich nicht verändert. Im Großen und Ganzen sind die Texturen der ersten Bäume halt tatsächlich immer noch so. Dann, das ist der, genau, das ist der älteste noch existierende Screenshot, den es gibt. Der ist von 1998 und da hat man tatsächlich WoW noch in der Warcraft Engine gebaut. Das sprich, alles wäre so wie World of Warcraft, äh, wie Warcraft 3 gewesen. Man hat zwar eine Obendraufsicht gehabt, man hätte auch das so steuern können. Und es wäre auch RPG, MMO-mäßig gewesen, aber eben wie Warcraft 3. Und wir können einfach nur glücklich darüber sein, dass sie das nicht genommen haben. Weil so viele Sachen sprechen dagegen, heutzutage aus heutiger Sicht. Man hätte diese Weiterentwicklung, die WoW gemacht hat, nicht machen können. Engines technisch, äh, man hat sich dann für eine Open, viel, viel offenere Engine entschieden, wo man Gott sei Dank heute noch immer noch aufbauen kann und, 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 und. Ähm, grafisch ist es viel einfacher zu entwickeln, bla, bla, bla. Gibt so viele gute, äh, Gründe, Gott sei Dank haben sie gewechselt. Aber an sich das hier zu sehen, es ist schon geil. Also, stell euch mal bitte heute vor, wir würden in einem Raid und, und die Gebäude wären halt so groß. Weil das ist ja nun mal, was Warcraft 3 damals als Problem hatte. Die Gebäude hatten ja keine Relationsgröße zu den Charakteren. Du hättest ja niemals innerhalb eines, ja okay, innerhalb Orgrimau schon sein können, aber man hätte niemals innerhalb eines Gebäudes sein können. Das ist halt, ja nee, wie willst du das machen? Das wäre, boah, Gott sei Dank haben sie das geändert und haben das nicht so gemacht. So, haben wir das überletzten. Jetzt kommt was ganz Interessantes. Und zwar, jetzt gehen wir in die, in die, in das Development der, der Karte von World of Warcraft. Und hier kann man richtig krass sehen, wie die Lore von World of Warcraft, ähm, gewandert ist. Und wie sie entstanden ist und was dort alles damit so passiert ist. Das ist eine der ersten Maps von World of Warcraft. Ich weiß, man kann nichts lesen, ich erzähle das gleich. Hier oben ist Northrend, hier ist Kalimdor, das ist Undermine, Quelltalas, Lordaeron, Kasmodan, Aetheroth. Aetheroth. Das ist halt Lordaeron noch hier oben. Also das hat überhaupt nichts, also hier braucht man auch nicht reingehen und sagen so, boah, geil, können wir uns da irgendwas zum heutigen Lore-Technischen rausziehen? Nein, das hier hat man komplett über den Haufen geworfen und ist komplett irrelevant. Aber interessant ist, dass Andermine damals eine wirkliche, wie Chris Metzen sich das alles so erdacht hat. Das Schöne ist ja, das ist doch so die typische Anfangsschriftart, die Chris Metzen für World of Warcraft hatte. Chris Metzen hat sich damals bei der allerersten Schriftart von World of Warcraft an einer elbischen Herr-der-Ringe-Schriftart in Kombination mit Warhammer. Warhammer war das, glaube ich. Da hat er sich so einen Mix draus gemacht und hat diese Schriftart hier genommen. Und das ist eine ziemlich coole Schriftart, die liebe ich voll. Kann man leider nicht so richtig erkennen. Dann ist das daraus entstanden, glaube ich. Genau. Und zwar Northrend hier oben, Quellthalas, Lordaeron ist immer noch oben, Aetherrod ist immer noch unten, Andermine ist immer noch hier. Aber Uldua ist jetzt noch eine Zone geworden. 1999, ja genau, bei Chris Metzen gemacht. Hier hatte der dann schon Städte mit reingepumpt. Auch Northrend hätte von Anfang an mit dabei sein. Das ist ja auch noch diese Überlegung, die World of Warcraft damals 1999 hatte, dass Northrend direkt von Start an mit dabei ist. Aber nicht Burning Crusade. Und auch Nazjata direkt mit im Spiel ist so. Hier ist Tom of Sageras. Also 1999 hat er sich so viel Shit schon gedacht gehabt. Ich meine, klar, wir wissen es ja aus den Chroniken, aus den Büchern, dass das alles schon mal irgendwo war. Aber wenn wir überlegen, so die letzten Jahre der Entwicklung, Legion, Battle for Earth, diesen ganzen Shit, hat er sich damals schon irgendwo Gedanken gemacht, wo das alles sein soll. Also so im ganz Groben. Und das ist, finde ich, so unglaublich krass einfach, was für eine riesengroße Geschichte Chris Metzen hier einfach geballert hat, schon im Voraus. Mega, 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 mega krass. Dann kommen wir zur nächsten Map. Die ist schon sehr akkurat. Die ist gar nicht so alt. Das ist auch wieder Northrend. Hier ist Lordaeron rechts. Die Lordaeron Ruinen, aber ganz, das ist alles wohl Lordaeron. Wir können mal ein bisschen reingehen. Ich kann... So, da sind die Nerubian Rooms. Arziole Nerub ist da tatsächlich. Upperkindem, Upperkindem, Innerkindem. Innerkindem, Upperkindem. Nerubian Rooms. Gundrak. Also auch da hatte er schon Gundrak und all sowas. Ratharion Keeps. Dugareb Bay. Icecrown. Was ist das? Boah, das kann ich nicht lesen. Es ist der Sunwell Plateau. Silbermond Ruim. Stratholm ist schon drin. Cardero. Stormguard ist schon drin. Danmore. Alterac Mountains. Dalaran Ruinen sind drin. Lordaeron Ruinen. Silver Vamporas ist drin. Gelneas ist drin. Tol Barat ist da schon drin. So. Auch schon sehr krass. Kultiras. Ne, da ist Kultiras. Das ist Kuldar. Das ist nochmal eine andere Insel. Die kennen wir aus irgendeinem Roman. Da sind auch Gefangene von Kultiras draufgepackt worden. Dann Algas. Grim Batol. Dann Morrow. Iron Forge. Iron Forge ist hier weiter rechts. Badlands. Das Dark Portal ist schon mal an der richtigen Stelle. Black Rock Spire ist da. North Shrine Abbey. Startgebiet. War halt auch hier schon drin. Sturmwind. Moonbrook. Goldshire. Duskwood. Westfall. Deadmines. Darkshire. Thrangelthorn Vale. Ja, schon geil, ne? Deine Regie. Das ist das frühere Gedankentum rund um Mist of Pandaria. Die Tomb of the Geras and Baelor ist da. The Broken Isles. Kazan. Oder Kazan. Hinterher dann, ja. Andermine hier unten. Human Night of Dwarf. Achso, das sind die Startgebiete, ne? Startgebiete war auch schon klar sogar. Richtig, ne? Wer wo anfängt. Danasos war hier rechts noch. Kaledar. Äh, Troll. Wo fangen denn die Trolle an? Haben die Trolle hier? Ne, ne? Die haben trotzdem gleiches Startgebiet. Ja, ja, genau. Die haben nichts anderes, ne? Nein. Terramor war noch eine Insel. Ratchet, Orgrimmar, Nighthaven, Darkshore, Mount Yarl, Winterspring, Moonglade, Fellwood. Das war alles schon in den richtigen Stellen. Redrock, Messer, Thunderbluff, Moradon. Guck mal, da sind noch nicht mal doch Tauren so drin. Achso, schwarz, okay. The Cavern of Time ist auch schon mit drin. Angoro Krater und so. Es ist schon sehr, 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 sehr krass. Es ist schon wirklich krass, wie viel da schon drin noch der Malstrom und wie das aussieht. Einfach sehr, sehr, sehr gut. Und dann kommen wir, glaube ich, zur letzten und akkuratesten, ne? Ne, ist tatsächlich die jetzt gerade war, die letzte. Das hier ist eine, die ist nicht ganz so alt. Was ist denn das? Achso, da kommen wir gleich auch noch drauf. Ja, genau. Das ist eine, die ist etwas älter. Die letzte gerade eben, das ist die älteste. Äh, die neueste, die frischste sozusagen. Von den alten. Hier hätten die Furboks noch ein eigenes, ähm, Gebiet gehabt. Tauren Newbie. Resorven. Wailing Caverns. Sundara. Anquerai Uldum. Karazan auch schon direkt da gewesen. Also, ziemlich da oben die Dracheninseln, ne? By the way. Die wären ja auch in Classic drin gewesen, normalerweise die Dracheninsel. Das sollte ja eine, eine, eine Patch-Erweiterung innerhalb Classic sein. Die Dracheninseln mit, ähm, Alex Strasse als Endboss. Und, ähm, genau da wären sie halt auch gewesen. Also, krass eigentlich. Ziemlich, ziemlich krass, wie das so alles gekommen ist. Das ist schon sehr cool, finde ich. Und hier dann noch Offenhalten. Das rausgenommen. The Dreaming via World Trees. Genau, Outland via Dark Portal. Da ist das Dark Portal. Und die World Trees sind, wo sind denn noch welche? Hier oben ist ein World Trees. Ähm, ein Uldum. Sollte einer sein? Oder warum ist da ein U hinter? Das, was wir jetzt wahrscheinlich dann bald bekommen werden. Sondern, da habe ich noch einen letzten Screenshot mit. Der ist auch noch ziemlich geil. Der hat es leider nicht mehr mit ins Spiel geschafft. Ähm, wer findet heraus, wo wir hier sind und was dort ist? Was das da ist? Das ist sehr interessant. Leider nie mit ins Spiel gekommen. Sondern man konnte es damals durch ein Wallhack. Also, was ist das Wallhack? Äh, durch ein bisschen Wallclimbing und so konnte man in dieses Gebiet kommen. Und konnte diese Leiche dort sehen. Genau, das ist Hyjal und die Leiche von Archimondo. Ähm, bis... Cataclysm? Cataclysm? Nee. Doch. Wann konnte man das erste Mal offiziell in Hyjal rein? Cataclysm, ne? Vorher war immer dieses, 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 dieses Gesperrzeichen da oben, ne? Ja klar, Cataclysm. Ja, ja, klar. Boah, ist schon so lange her. Ähm, auf jeden Fall mit ein bisschen Wallclimb und gewissen Fähigkeiten. Konnte man damals, äh, trotzdem in Hyjal rein. Und das ist der Worldtree Hyjal. Und das ist halt eben Archimond mit seiner Schulter rum und halt tot. Schade, dass das nie... Genau. Ne, ne, ne. Im TBC Raid liegt er ja nicht. Da in TBC töten wir ihn ja erst. Im TBC Raid Hyjal liegt da nicht das Skelett. Sondern das war tatsächlich im Gebiet Hyjal. Das Gebiet Hyjal ist ja seit Classic drin schon im Spiel gewesen. Das ist ja wirklich schon seit Classic im Spiel gewesen. Und man konnte eben da über, über Wallclimbing und so ein bisschen rein sneaken. Und da lag so Archimonde. Bis Cataclysm. In Cataclysm wurde das Gebiet dann ja ausgetauscht durch das Hyjal, was wir heute kennen. Und Archimonde leider weggenommen. Leider. Er hat es leider nie ins Spiel geschafft. Also dann richtig ins Spiel geschafft. Das Skelett und die Schulter von ihm ist aber noch in den Daten. Tatsächlich. Also man kann in den Daten noch auf dieses Skelett zugreifen. Hatte ich irgendwann mal irgendwie durch irgendeinen Zufall gefunden. Das ist irgendein Zahlencode, den ich nie wieder finden würde. Aber ich finde es schade, weil ich mag solche Sachen. Wie zum Beispiel in Alt Orgrima. Dass man da Manorot hat. Oder wo ist es noch? Wir haben nochmal irgendwo ein etwas größeres Skelett. Klar, ich meine so Galakrond und sowas alles auch. Aber das ist schon sehr, sehr cool. Genau. TPC ist Zeitreise. Genau. Gegen Hüllen der Zeit. Aber sowas finde ich schon sehr, sehr cool. Und halt leider schade, dass das nicht mitgenommen wurde in Cataclysm. Und wir Archimonde nicht an Hyaligen haben. Das ist halt wirklich schade. Das hätte ich halt wirklich sehr gerne gehabt. Weil ich finde, das sieht sehr cool aus. Ist sehr impressive so, dass das ist. Es wirkt halt sehr strong, weil er halt super groß ist. Das war es dann auch für das heutige Video. Ich hoffe, es hat euch heute trotzdem gefallen. Wir haben einige Nostalgieeinblicke in Before Classic gehabt. Mal gucken, was wir als nächstes Mal uns so rausziehen. Und was wir uns dann so angucken. Tschüssi. 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 Tschüssi.